Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenrahmen, Mittwoch, dem 10. Februar. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen wieder auf den Markt schauen, auf den Forex-Markt, der sich gestern sehr, sehr volatil präsentierte. Die Bewegungen hier wie über den großen Teich sozusagen sind enorm. Die Ängste hier und da wegen gewissen Rezessionen, Wirtschaftsabschwächungen, zuteilen auch Banken Verschleierungsaktivitäten in Sachen Krisen oder möglichen Gefahren. Also die Herde, die hier zurzeit brodeln, sind wirklich reichlich und das dürfte den FX-Markt auch weiter hier durchaus in eine gewisse Situation der höheren Volatilität drängen. Denn das Währungspaar Euro gegenüber British Fund konnte aus dem gestrigen Trombori sozusagen seinen Nutzen schlagen und hier zunächst weiter performen. Das schauen wir uns mal an. Das Währungspaar hatten wir schon unlängst immer wieder hier im Devisenradar. Und wir haben jetzt hier die Situation, dass wir nochmals den großen Monatschart uns anschauen. Und Sie werden sich erinnern, die Marke von 0,70 wurde unlängst immer als starkes Support-Level deklariert. 0,74 als Ziel-Level eines Widerstandsniveaus. Und das gab eben hier genau im Dezember schon mal den Touch dessen mit dem Jahresauftakt. 2016 dann hier der signifikante Ausbruch und die Folge-Performance ließ hier nicht lange auf sich warten. Sie sehen, der Euro gegenüber den britischen Fund feiert nunmehr seit drei Monaten eine steile Performance von einer wirklich anständigen Bewegungsintensität. Denn wenn man hier sieht, wie das Währungspaar hier im Jahr 2015 zurückkam, muss man sagen, handelt es sich hier doch schon um einen sehr, sehr starken Rebound. Das Währungspaar aktuell aber hier touchiert das Widerstandslevel 0,7775 rund. Lässt sich herleiten aus früheren Jahren 2008, 2012 und dann hier eine leichte Supportbildung im Jahr 2014. Da dient es als Unterstützung, nunmehr ist es ein Widerstandsbereich und ja, im Januar liefen wir leicht dran. Jetzt hier aktuell genau der Touch dieses Levels und ja, der Monat ist noch jung grundsätzlich, aber muss man abwarten, was hier passiert. Rücksetzer sollten nicht überraschen, also nach den drei starken Handelsmonaten bislang und dann können wir hier auch mal gern den Performance-Fall anlegen. Das Währungspaar hier knapp 11 Prozent in der Spitze, sogar über 11 Prozent zugelegt. Das ist eine Hausnummer und da muss man natürlich sehen, wie kann das hier weitergehen. Eine kleine Konsolidierung wäre hier sicherlich nicht verkehrt. Ein Pullback kann ich mir aber nicht vorstellen hier in Richtung 0,74, 0,7450. Das wäre ein schönes Niveau gewesen, um hier tatsächlich nochmal ein Pullback nach dem Ausbruch hier vom Januar jetzt zu kaufen. Aber Sie sehen, die Kerze ging hier im Februar direkt nach oben hoch. Der Februar ist noch jung, da kann noch viel passieren, aber grundsätzlich aufgepasst, was jetzt hier zunächst abläuft. Also entweder hier nochmal leichte Konsolidierung oder aber auch per Wochenschlusspreis, wenn wir hier deutlich über 0,78 rausgehen, dann bestehen Chancen in Richtung des oberen Bollinger Bands in Richtung dieser Abwärtstrendlinie anzusteigen. Und da hätten wir dann hier sozusagen einen kleinen Kreuzwiderstand auch. Und dann müsste man durchaus noch von Niveaus im Bereich 0,81, 0,82 ausgehen, wenn es denn hier zum signifikanten Ausbruch kommt. Doch wie gesagt, aufgrund der jüngsten Performance scheint eine leichte Konsolidierung, vielleicht auch größeren Ausmaß nicht ungewöhnlich. Wir gehen jetzt mal dazu in den Tagesschart. Dann haben wir hier das signifikante Unterstützungslevel früherer Zeiten. Also erstmal kurz ein bisschen wandeln. Ja, 0,74, 50 Runden. 0,74. So, machen wir es mal fix. Gehen wir noch hier rüber. Das ist ein Level, wo ich mich darauf verharren würde, beziehungsweise wir können auch hier die 0,74, 85 nehmen. Hier unten das breite Unterstützungsband bei 0,74, 50. Das wäre hier eine Unterstützungszone, wenn er denn zurückkommt. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Wir haben hier übergeordnet noch eine leichte Linie, die aber, wenn ich mir die hier rückblickend betrachte, nicht die große Signifikanz hat. Hier der kleine Spike vom Januar letzten Jahres nach oben ist ja sicherlich nicht so ausschlaggebend. Was aber auffällt, wie gesagt, hier auch wieder die jüngste Performance. Und jetzt hier eben die heutige Schwäche im Bereich 0,78, 0,77, 0,75. Das ist, wie gesagt, schon mal ein kleines Signal in Richtung möglicher Umkehr. Ja, wenn wir hier, wie gesagt, das Hoch von gestern nicht überschreiten, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Währungspaar zurückkommt. Wahrscheinlich nicht mehr bis 0,74, 50, 0,74, 85, aber unter Umständen bis 0,76, 50 hier in diese Zone. Das wäre durchaus machbar, durchaus denkbar. Und da hätten wir auch hier ein Unterstützungslevel zu finden, aufgrund der Candlestick-Dochte und Lunden sozusagen hier schön zu sehen. Und wenn sich das ein Stück weit Zeit lässt, dann kann man hier durchaus über ein Engagement nachdenken im Bereich 0,76, 50, 0,76, 60. Sieht, wie gesagt, ganz gut aus. Heute erst mal hier schwächer, könnte sich also weiter fortsetzen. Was sagt die Saisonalität? Die gibt uns mit Blick auf die kommenden 40 Tage ein relativ unklares Bild. Das heißt hier einfach wild volatil hin und her, ohne klare Tendenz. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben hier sicherlich einen leichten Druck nach oben. Sie sehen ja hier, das gibt nicht unter 100, wir sind ja hier über das Niveau von 100 fixiert, schlagen hier auch immer wieder nach oben aus, aber haben auch immer wieder zwischengestreut im Februar bis in den März hier eben auch wilde Ausschläge. Also so richtig klar scheint die Tendenz nicht. Und das könnte sich tatsächlich mit dem jüngsten Aufwärtslauf hier der letzten drei Monate auch darstellen, dass wir nämlich jetzt hier unterhalb von 0,78, 0,77, 0,75 volatil seitwärts laufen, um praktisch in dieser Range von, ich sag mal, grob 350, 400 Pips hier seitwärts zu oszillieren. Sozusagen den Druck ein Stück hier von der Wochenperformance abzubauen, um dann letztlich hier wieder nach oben durchzustarten oder doch nach unten tatsächlich trennen folgend. Und wir sind hier noch in einem abwärtstrenden Übergeordneten. Der Untergeordnete ist bereits gebrochen, deswegen hier so ein Stück weit Patz-Situation, auch gerade am Widerstand. Aber man kann auch durchaus interpretieren, dass wenn wir hier nicht über 0,78 rausgehen, es sich jetzt hier erstmal um eine zähre oszillierende Seitwärtsphase handeln könnte. Bleibt spannend, ist spannend. Was sagt der Stundenchart für die heutige Tendenz? Ja, wir sind hier unlängst der Tagestiefs. Das knallt erstmal nach unten durch, wie wir uns das hier so betrachten. Aktuell 50 Pips gelaufen, das Währungspaar. Bewegt sich im Schnitt so 75, 85. Also ein bisschen was kann noch gehen. Im Intraday-Bereich haben wir hier aufgrund der Tiefs von gestern Vormittag eine Unterstützungszone 0,7735, 0,7730. Ist hier praktisch ein Support-Level im Intraday-Bereich. Und da wäre auch die Luft für heute raus. Also wenn das bis dorthin zurückgeht, denke ich mir, könnte sich hier erstmal eine Stabilisierung einstellen. Ansonsten muss man natürlich eine Etage tiefer schauen, wenn es denn weiter nach unten geht. Und da bietet sich hier auch ein Level an im Bereich 0,76 eben, was wir auch auf dem Tagesschart schon gesehen hatten. Und das wäre hier 0,76, ja, 0,60, 0,76, 0,64. Schöne, tragfähige Unterstützung hier aus dem Stundenchart herleitend. Bullisch könnte man heute wieder werden, ja, wenn wir den kurzfristigen Abwärtstrend hier sozusagen überwinden. Das lässt sich hier mit der Asia-Session und dem bisherigen Spike-Versuch, auch wenn der hier leicht drüber geht, gut darstellen. Wenn wir darüber gehen, den Pivot-Point nachhaltig erobern, dann 0,77, 94, werden wir auch genau in der kritischen Stauzone. Aber wenn wir hier wieder drüber gehen, dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Der Wochentag selber, der sagt hier, ja, relativ mau, 45 Prozent, schwächster Wochentag, ist jetzt eigentlich hier keine Begünstigung für steigende Preise. Sieht also eher so aus, als könnten wir hier tatsächlich zunächst mal zurücksetzen. Also, das wäre es gewesen für das heutige Devisenradar. Nachher wieder das Webinar zur Sendung, 15 bis 16 Uhr. Da werden wir ein Stück weit auch den Yuan betrachten, uns ein Stück weit auch makro, politisch hätte ich fast gesagt, makroorientiert. Mal schauen, wie denn hier die Tendenzen weitergehen. Denn was mit dem Yuan und dem Yen mittelfristig noch gehen könnte, ist sicherlich interessant. Ich sage jetzt erstmal Danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen erfolgreichen Handelstag, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.